Erst am vergangenen Wochenende hat Sarah Wagenknecht die niedrigen Altersrenten in Deutschland als politischen Skandal bezeichnet. Wie ihr vielleicht wisst, hat sie auch schon Alternativen gefordert, konkret ein Rentensystem wie in Österreich. Doch verspricht uns ein solches Rentensystem wie in unserem Nachbarland wirklich Wiener Schnitzel oder ist es eher Kaiserschmarrn? Ich denke, Sarah Wagenknecht wird sich mit ihren Vorschlägen eher wenig Freunde machen, selbst wenn die Renten vielleicht steigen würden. Warum? Das erfährst du in diesem Video. Wer in Deutschland die berühmten 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, bekommt dann im Schnitt 1.604 Euro Rente ausbezahlt. Wie gesagt, im Schnitt. Rund ein Fünftel dieser besonders langjährig Versicherten landet aber bei weniger als 1.200 Euro im Monat. Nein, diese Zahlen habe ich mir nicht ausgedacht. Sie stammen aus einer kleinen Anfrage des Bündnis Sarah Wagenknecht an die Bundesregierung. Und für die Parteichefin des BSW ist es eben nicht nur ein Skandal, sie ruft die nächste Bundestagswahl sogar als Volksabstimmung über die gesetzliche Rente auf. Konkrete Alternativen bleibt sie zwar weiterhin schuldig, Sarah Wagenknecht wiederholt aber immer wieder die Forderung, dass sich Deutschland am Rentensystem Österreichs orientieren soll. Doch ist Österreich hier wirklich ein Vorbild für uns? Kommen wir mal zu den konkreten Fakten. Immer wieder gerne hervorgehoben das höhere Rentenniveau. In Österreich erhalten Rentner nach 45 Beitragsjahren rund 87 Prozent ihres letzten Nettogehalts als Rente. In Deutschland lag dieser Wert 2023 bei lediglich rund 55 Prozent. Prozente sind nicht wirklich greifbar. In absoluten Zahlen siehst du aber einen gewaltigen Unterschied. Das durchschnittliche Nettoeinkommen in Deutschland lag im letzten Jahr bei 2.426 Euro und 55 Prozent daraus wären dann 1.334 Euro netto. Würde das Rentenniveau auf das Österreichs angehoben, dann bekäme der deutsche Durchschnittsrentner 2.111 Euro netto im Monat. Was einem Plus von 777 Euro oder 58 Prozent entspricht. 1 zu 0 für Wagenknecht. Oder was meinst du dazu? In Österreich gibt es mehr Rentenzahlungen. Ob du es glaubst oder nicht, in Österreich werden pro Jahr 14 Monatsrenten angewiesen, in Deutschland wie du weiß nur 12. Die Extra-Renten gibt es im April und Oktober. Und das erhöht natürlich den Unterschied zu den deutschen Rentnern noch weiter. Und auch hier der Vergleich. Würde in Deutschland dasselbe Rentenniveau wie in unserem Nachbarland gelten und dies 14 Mal im Jahr ausbezahlt, lege das Jahresnettoeinkommen des Durchschnittsrentners bei stolzen 29.000 Euro statt wie bisher 16.000. Und das wären dann rund 84 Prozent mehr im Jahr. Jetzt steht schon 2 zu 0 für Wagenknecht. Doch warte bis zum Schluss. Früherer Renteneintritt. Es wird nämlich noch besser. In Österreich liegt die Regelaltersgrenze für Männer bei 65 Jahren anstelle von 67 Jahren bei uns. Für Frauen lag sie bis zum vergangenen Jahr sogar bei nur 60 Jahren. Sie wird nun aber pro Jahr um sechs Monate angehoben, bis sie auf dem gleichen Niveau wie bei den Männern ist. Auf die Lebenszeit erhöhen sich dann die Rentenzahlungen noch mehr. Bis zum 85. Geburtstag bekommen Männer demnach rund 590.000 Euro, Frauen nach der bisherigen Regelung sogar 737.000 Euro. Im Vergleich dazu würden deutsche Rentner bis zu ihrem 85. Geburtstag ungefähr 304.000 Euro bekommen. Also nur rund die Hälfte wie die Österreicher. Klares 3 zu 0. Höhere Kosten. Klar, das musste ja irgendwann kommen. So viel mehr Ausgaben kosten natürlich auch mehr. Österreich zahlte in 2022 rund 13 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für das Rentensystem. Deutschland dagegen nur 10,4 Prozent. Wollten wir uns dem österreichischen Vorbild angleichen, kämen rund 110 Milliarden Mehrkosten auf uns zu. Hier bleibt uns Sarah Wagenknecht die Antwort nach der Finanzierung schuldig. Werten wir es also 3 zu 1. Höhere Abzüge. Hört man auch immer wieder. Die höheren österreichischen Renten gibt es nur dann, wenn du bis zur Regelaltersgrenze arbeitest. Also bis 65. Zwar könnten unsere Nachbarn auch früher in Rente gehen, dann sind die Abzüge pro Jahr aber mit 4,2 Prozent höher als in Deutschland mit 3,6 Prozent. Ebenso gibt es für jedes Jahr, in dem Österreicher über die Regelaltersgrenze hinaus arbeiten, einen Zuschlag von nur 4,2 Prozent. In Deutschland sind es immerhin 6 Prozent. Was meinst du? Steht es damit 3 zu 2? So und nun der Punkt, zu dem ich immer wieder viele Kommentare bekomme. In Österreich sind alle Arbeitnehmer, Selbstständige und Beamte verpflichtet, in die Rentenkasse einzuzahlen. Na klar erhöht das die Einnahmen der Versicherung. Allerdings muss sie dann eben auch höhere Ausgaben leisten. In Deutschland wäre das übrigens auch möglich. Allerdings glauben viele Ökonomen, dass sich dadurch die Finanzlage der Rentenversicherung nur so lange verbessern würde, bis die kritische Menge an Beamten und Selbstständigen auch Rente bezieht. Ich werde dazu übrigens nochmal ein Video machen. Dann dürfte sich die Situation sogar deutlich verschlechtern, weil beide Gruppen in der Regel überdurchschnittliche Einnahmen erzielen und tatsächlich eine höhere Lebenserwartung haben. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Haben wir nun schon den Ausgleich? Also steht es 3 zu 3 oder lassen wir diesen Punkt aus der Wertung? Was meinst du? Dafür unbestritten, der Beitragssatz ist in Österreich deutlich höher. Bei uns in Deutschland fließen 18,6 Prozent des Lohnes an die Rentenversicherung. In Österreich sind es immerhin 22,8 Prozent. Allerdings sind diese Abgaben nicht gleich auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt. Die Unternehmen übernehmen von den Beiträgen 12,55 Prozent, die Arbeitnehmer den Rest von 10,25 Prozent. Trotzdem ist das mehr als bei uns. Durchschnittliche Arbeitnehmer haben dadurch monatlich rund 40 Euro netto weniger in der Tasche und für Unternehmen steigen die Lohnkosten um 2,7 Prozent. Spätestens jetzt einigen wir uns auf ein 3 zu 3. Einverstanden? Länger für die Rente arbeiten. Wie du bestimmt schon weißt, reichen in Deutschland bereits fünf Beitragsjahre, um im Alter Anspruch auf eine Rente zu haben. Klar wird die bei fünf Einzahljahren relativ gering sein, aber du bekommst immerhin etwas. In Österreich hingegen hättest du erst nach mindestens 15 Beitragsjahren überhaupt einen Rentenanspruch. Und genau deshalb sind die Mindestrenten in Österreich auch viel höher, eben weil sie auf deutlich längeren Beitragszeiten beruhen. Deshalb wird auch der Vergleich der Durchschnittsrenten beider Länder statistisch verzerrt. Und praktisch sind Frauen hier im Nachteil. Erstens haben sie durch das niedrigere gesetzliche Rentenalter sowieso schon weniger Zeit, Beitragsjahre zu sammeln. Und zweitens verlieren sie auch zum Beispiel durch Kindererziehungszeiten, wo keine Rentenbeiträge eingezahlt werden. Denn dann werden auch die Jahre von vor den Geburten nicht für die Rente berücksichtigt, selbst wenn die Frau 14 Jahre lang gearbeitet hat. Die Beiträge sind dann einfach weg. Ist es das, was Frau Wagenknecht will und für sozial hält? Stell dir einmal vor, du hast 14 Jahre gebuckelt und brav in die Rentenversicherung eingezahlt. Dein Arbeitgeber auch. Und du bekommst dann keine Rente? Oder noch krasser, als Selbstständiger zahlst du die Rentenbeiträge ja komplett. Nehmen wir einmal an, du müsstest monatlich 1.000 Euro an Pflichtbeiträgen zahlen. Dann kommen in 14 Jahren 16.800 Euro zusammen, die dann einfach weg sind. Wobei, sie sind ja nicht weg, sie hat jetzt nur ein anderer. Also, ich weiß ja nicht. Sicherlich haben die Ideen von Sarah Wagenknecht zur dringend notwendigen Rentenreform ihren Charme. Aber es ist wirklich nicht alles Gold, was glänzt. Das österreichische System blind als Vorbild zu bezeichnen, ohne die Nachteile zu nennen, halte ich für eher fragwürdig. Und ein wichtiger Vorschlag fehlt auch noch vom BSW. Nämlich die Frage nach der Finanzierbarkeit. Mich würde wirklich deine Meinung dazu interessieren. Schreib sie mir doch bitte einfach unten in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch noch schnell ein Like da. Vielen Dank. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf dich. Bleib positiv, bleib produktiv und vor allem Bleib gesund. Servus, dein Thomas Schneider.